hallo und willkommen auf meinem kanal und zu einem neuen video zur rf4 freunde des gepflegten angelsports wir sind heute am 34 unterwegs und ja ich will unbedingt diesen dummen atlantischen herring mal als trophäe kriegen ist mir immer noch vergönnt geblieben sei es drum wir probieren es weiter aber ich habe auf jeden fall in einer halben stunde fünf bekommen können das ist schon mal sehr gut wir haben eigentlich optimales wetter wir haben bewölkung wir haben niedrige temperaturen und somit angel ich zwischen 15 und 20 meter und das war's wir gucken jetzt mal in das setup rein hammer ein der ist leider untermaßig nehmen wir trotzdem mal mit also wir stehen hier ja besser ist noch ein bisschen hier drüber sogar also hier ist scheiße auf jeden fall wenn der hoch treibt also hier über dem 34 über die zahl ist optimal und ich hatte halt in die rekorde reingegucken da war ein köder da steht auch kommt den probierst du mal aus wir gucken jetzt mal hier wir sind hier seit 27 minuten haben 30 fische sechs heringe der größte der erste war direkt 600 gramm also sehr schön eine sardine köhler gehören natürlich auch dazu auch gute makrelen und makrelen hechte jetzt gucken wir mal in das setup rein ich habe einfach mal den kraken jig meister 175 gramm genommen ich möchte halt schnell auf die tiefe kommen steigen schon mal köhlerlauf ein ist ja ok bringt alles geld kleiner bei haken weiße perle weiße tube und dann quasi geht es um den 0 8er shrimp und den habe ich alle mit 30 aber diens ausgestattet einmal komplett flur perle dann flur grün gemischt und komplett grün also von jeden etwas und so sieht die sache aus wie gesagt schloss hin so abtreiben also wenn unten 15 meter ist lasse ich noch zweimal drehen jetzt mal bei 15 12 mal drehen also immer so bei 17 18 meter für mich immer so eine gute tiefe wieder absinken lassen so ja und die bringen ja auch richtig gut geld nur die ganzen kleinen fischer wenig verschleiß viel geld so muss das sein ich bin gespannt also die 500 müssten auf jeden fall knapp in die stunde alles darunter ist enttäuschend für mich am meer also 500 müssen es schon sein und das könnte was gutes sein wenn es ein herring wäre wenn es ein herring wäre wäre guter geworden leider nur eine makrele sei es drum ja jetzt habe ich schon ein halbes ticket und die nacht steht bevor da ist natürlich nicht geil finde ich jetzt nicht so gut aber dann werde ich mal auf grund abgehen runter gehen dann sehen wir uns später am fischmann wieder und gucken mal was bei oben gekommen ist man köhler der ging auf den meister hat man unschwer erkennen können meister eigentlich jetzt wieder eine gute zeit früher abend das hat man natürlich immer das problem dass die anbeißen dann schon mal ab lassen wieder wenn ich merke entschuldigung wenn ich merke dass das 23 mal hintereinander passiert wenn dieses bei symbol kommt dann warte ich einfach länger und länger und länger und dann hängen sie meistens auch wieder einfach mal ein zwei sekunden länger warten wenn ihr merkt die hängen alle nicht wobei es können auch natürlich so kleine fische sein die überhaupt nicht an dem hacken dran kommen jetzt zum beispiel ein bisschen warten und dann einfach einziehen damit kann man das meistens gut umgehen ja ich würde sagen ich andere noch das ticket zu ende und dann gucken wir mal ob ich noch was schönes gefangen habe und wie viel wir letzten endes verdient haben so wir kommen zurück es ist dunkel ich habe das ticket noch nicht mal zu ende geangelt ich würde schon fast sagen dass wir schon fast ein top spot für herringen ja 43 minuten 11 herringen wobei ich jetzt zwei drin habe ohne haken waren aber noch zwei oder drei ohne haken wenn man die noch dabei rechnet ist es echt viel von herringen also sehr schön auf jeden fall wir gucken mal rein ja wir sind jetzt noch nicht mal 45 minuten 670 silber ich denke das kann sich auf jeden fall sehen lassen ja man kriegt ja pro 100 gramm 10 silber herringen und da ist auf jeden fall bombe ihr seht die herringe alle oben am prangern ziemlich geil also merken wir uns schön bewölkt schön kalt zwischen 15 und 20 meter top etwas über die zahl 34 habe ich jetzt schon öfters gehabt dass das da gut rennt wenn solche bedingungen sind und wenn wir uns mal angucken die verschleiße ich hatte alle drei neu geholt auf allen drei kombinationen wird fröhlich gebissen der noch ein bisschen am meisten aber so kann man es auf jeden fall machen ziemlich cool ich bedanke mich fürs einschalten vielleicht kriegt er die trophäe petri dank bis dann und tschüss